Bei Heidenheim ist es am Morgen zu einem schweren Zugunglück gekommen. Ein Zug hat einen Lastwagen erfasst. Laut Polizei habe das Unglück ein Todesopfer gefordert. Zunächst war von zwei Toten die Rede gewesen. Königsbronn bei einem schweren Unfall zwischen einem Zug und einem Lastwagen ist in Königsbronn ein Mensch gestorben. Es handele sich vermutlich um eine Person aus dem Lastwagen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Identität des Opfers sei aber noch nicht bekannt. Die Beamten waren zunächst von zwei Toten ausgegangen, hatten ihre Angaben aber korrigiert. Wie genau es zu dem Unfall an einem Bahnübergang kam, sei noch völlig unklar, sagte der Sprecher weiter. In dem Zug, der von Ahlen nach Ulm fahren sollte, seien rund 20 Menschen gewesen. Vier wurden leicht verletzt. Der Lastwagen sei in Brand geraten, die Feuerwehr habe die Flammen aber löschen können. Weitere Details konnte der Sprecher noch nicht nennen. Wir haben das geschmiert, wie wir es aus dem Ausgang der Sprecher verletzen. Wir haben zwei Evangene herausgelegt, wie wir es getrennt.